Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem letzten Konzert im Rahmen des International Piano Competition Festivals in Aachen, Mozarte, was wir mittlerweile seit 16 Jahren hier durchführen können. Und dieses Jahr war es ein besonderes Jahr, es war sehr schwierig, aber Gott sei Dank konnten wir dank der Hilfe unserer Sponsoren und Hauptgeldgeber, die uns seit vielen Jahren unterstützen, dieses Festival auch dieses Jahr durchführen. Besonders natürlich viel mit virtuellen Konzerten, Online-Konzerten, die wir in der Hochschule virtuell haben stattfinden lassen können. Und zum Thema Beethoven Plus, eine International Piano Competition in drei Altersgruppen für junge Musiker im Alter von 10 bis 13 und 14 bis 17 Jahren und eine Kategorie, eine professionelle Kategorie von 18 bis 32 Jahren. Dies alles wurde wie immer von einer Ausstellung begleitet, die wir seit vielen Jahren auch im Rahmen des Mozarte Festivals pflegen, bildende Kunst und Musik miteinander verbinden. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, auch heute in der Kultur. Sie sehen hier Bilder von einem sehr bekannten Aachener Maler, der weit über die Grenzen hinaus auch bekannt ist, Emil Chocoyo. Er ist leider im August dieses Jahres verstorben, nicht an Corona. Und ihm zu ehren ist diese Ausstellung gewidmet sozusagen. Die Bilder konnten Sie am 11.9. hier im Rahmen unser Gala beobachten und heute Abend zum Abschlusskonzert auch nochmal hier sehen. Eine Staffel von ihm ist hier. Seine Frau hat jahrelang im Aachener Sinfoniekonzertorchester gespielt. Ja, und ich freue mich, dass wir diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Agentur und der Galerie Dieter Philipp in Aachen haben durchführen können. Die Bilder wurden gestreamt und heute sind einige seiner Bilder hier zu sehen. Ein ganz herzlicher Dank gilt den Hauptgeldgebern und die ist auch in diesem Jahr uns quasi die Treue gehalten. Aber da möchte ich als erst die Victor-Rolf-Stiftung nennen, die Brigitte-Hennemann-Stiftung, die Familie Shirley-Täter, die Stadt Aachen, dann der Lions Club-Obs Regal ist. Ohne diese Hilfe wäre das Festival definitiv nicht denkbar und möglich gewesen. Ein ganz besonderer Dank geht allerdings auch besonders an die Hochschule für Musik und Tanz Köln. Wir dürfen seit Jahren an unserem Standort hier in Aachen den Wettbewerb und das Festival durchführen. Und auch heute, der heutige Abend ist ein besonderer Abend, weil eben der Rektor des Standorts Aachen, der Hochschule für Musik und Tanz, als Solist heutzutage sozusagen auftritt, mit Musikern des Orchesterzentrums des Landes NRW, welches die vier Hochschulen des Landes NRW miteinander verbindet. Wie ich meine, ein sehr wichtiger kulturpolitischer Aspekt, den wir gerade heute mehr denn je pflegen müssen. Und so gilt mein besonderer Dank an die Infrastruktur, die Organisation, die ganze Logistik, die uns die Hochschule für Musik und Tanz in Köln bietet. Und umso größer ist meine Freude und mein Dank, dass heute der Rektor unserer Musikhochschule, der Professor Dr. Heinz Goyen, hier anwesend ist mit seiner Frau. Das ist eine große Ehre. Und ich möchte ihm gerne das Wort übergeben. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier bei uns zu Gast sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit Musik, trotz des gleichzeitig stattfindenden Symphoniekonzerts der Aachen-Symphoniker, was natürlich nicht einfach ist, dagegen sich zu behaupten. Trotzdem sind sie zahlreich erschienen. Ganz herzlichen Dank dafür und ich wünsche uns ein schönes Konzert und einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr zum nächsten, zum 17. Internationalen Mozarte Festival wiedersehen können, hier in den Räumlichkeiten. Ja und einen schönen Abend noch und jetzt bitte an Herrn Prof. Dr. Heinz Goyen. Vielen Dank. Ja, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Abend hier im Rahmen des Mozarte Festivals und ich tue das, wie Herr Fröhlich schon gesagt hat, in gewisser Weise in einer Doppelfunktion. Einerseits bin ich Rektor der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, die ja auch einen Standort hier in Aachen hat, der mir persönlich immer auch besonders lieb ist. Und auf der anderen Seite bin ich zurzeit auch Vorstandsvorsitzender des Orchesterzentrums NRW, wie Herr Fröhlich sagte, in dem alle vier NRW Musikhochschulen gemeinsam einen Studiengang betreiben, einen Studiengang Orchesterspiel. Und sowohl der Standort Aachen als auch das Orchesterzentrum in Dortmund sind eben, wie eben auch deutlich wurde, wichtige Pfeiler dieses Festivals. Und natürlich freue ich mich besonders, dass der liebe Kollege Prof. Hans-Werner Huppertz, der Rektor des Standortes und auch Alexander Hülshoff, der künstlerische Leiter des Orchesterzentrums hier heute gemeinsam mit NRW Studierenden musizieren. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei Prof. Andreas Fröhlich bedanken. Er ist ja Lehrender hier am Standort Aachen und aber eben auch sowohl künstlerischer Leiter und Juryvorsitzender des mit dem Mozarte Festival verbundenen internationalen Klavierwettbewerb. Und sein Engagement, sein großes Engagement gilt der pianistischen Nachwuchsforderung für die Konzeption und Durchführung dieses Wettbewerbs, die man wirklich beispielhaft nennen kann. Vielen Dank dafür. Wenn wir heute als Ausdruck der engen Zusammenarbeit von Musikhochschulen in NRW mit freien Trägern und Unterstützern des Mozarte Festivals dieses Sonderkonzert genießen können, so erfüllt mich das gerade in diesen Zeiten mit großer Freude und Hoffnung. Die Freude betrifft, dass sich allmählich wiederbelebende Konzert leben, ohne dass wir als Publikum geistig verarmen würden. Meine Hoffnung zielt auf die jungen Musikerinnen und Musiker an unseren Hochschulen, die sorgenvoll in die Zukunft blicken und mir derzeit oft die Frage stellen, ob ihr Berufswunsch überhaupt noch eine Zukunft habe. Hier Mut zu machen ist wichtig, aber auch nicht immer leicht, da das Musikleben insbesondere in der freien Szene von Umwälzungen und Erschütterungen steht, die so manchen künstlerisch Schaffenden die Existenz kosten kann und wohl in vielen Fällen leider auch wird. Hier sind Politik und Gesellschaft gefragt, unsere einzigartige, international bewunderte Musiklandschaft nicht weniger beharrt zu unterstützen als Industrie und Wirtschaft. Aber auch Sie als Publikum können durch Ihre Konzertbesuche und Ihre beharrliche Nachfrage dazu beitragen, dass das weltweite Alleinstellungsmerkmal einer auch in den Regionen dicht und exzellent aufgestellten Musikkultur in Deutschland nicht dem Virus zum Opfer fällt. In diesem Sinne wünsche ich uns heute besonders offene Ohren beim Genuss dieses Konzerts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wollte mich nur sehr bedanken, einmal bei Andreas Fröhlich und bei seinem Team, dass sie diesen Wettbewerb, dieses Festival bei uns in der Hochschule durchgezogen haben. Mit so viel Sorgfalt, mit so viel Aufsicht auf alles, was da an Hygienebestimmung einzuhalten war. Aber das hat uns wirklich wieder sehr, sehr viel Leben ins Haus gebracht. Dafür vielen Dank und danke für den Mut. Dann vielen Dank an unseren Rektor, der immer informiert war und der dann immer gesagt hat, ja, macht mal, ihr dürft. Es war wirklich ein heißer Schritt, so das Jahr über. Jetzt eine kleine Erklärung noch, warum am Ende eines Klavierfestivals so viel Gitarre erklingt. Ich weiß warum. Nein. Also eigentlich sollte die Gitarre ein kleines Farbtüpfchen sein, bei einem Programm, was mit Beethovens Septet geendet hätte. Aber dann müssten wir die ersten drei Reihen hier leider rausräumen und auf der Bühne wird es ein bisschen knapp. So sind leider unsere Bestimmungen, auch was die Probenarbeit angeht. Bläser sein ist das neue Rauchen, muss man leider sagen im Moment. Und die Anforderungen an die Räume sind sehr beachtlich. Zehn Quadratmeter, Ausstoßrichtung und so weiter. Deshalb gibt es ein etwas umfangreicheres Gitarrenprogramm. Aber bei der Vorbereitung des Programms bin ich auf eine Zeile in den Briefen von Ludwig van Beethoven gestoßen. Und davon möchte ich, das möchte ich kurz vorlesen, damit Sie wissen, was uns leider alles entgangen ist. Er schreibt an Teresa Malfatti, das war eine, vielleicht die unsterbliche Geliebte, man weiß es nicht genau, an sie schreibt er, übergeben Sie gefälligst Ihrer lieben Schwester Nanette das Lied für Gitarre übersetzt. Die Zeit war zu kurz, sonst wäre der Gesang auch geschrieben worden. Das hat Beethoven geschrieben. Hätte die Dame ihn erhört, würden wir wahrscheinlich kein Klavierwebwerb zum Thema Beethoven haben, sondern Gitarre. Jetzt ist es halt so. Viel Vergnügen heute Abend. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus 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 Vielen Dank.